Erleuchtet sein. Ein großes Wort. Was, wenn ich mir vorstellte, wäre ich und mein Antlitz und mein Körper ein bloßes Fenster, ohne Vorhänge und weit geöffnet? Was, wenn die Jalousien hochgezogen und ich den jungen Morgen begrüßte, das Licht bis in jeden Winkel meines Zimmers, meines Hauses hereinließe und den Blick nach außen wendete? Die frühen Vogelstimmen deutlicher und klarer würden und ich den Tag mit seiner Helle und all dem Anschein in Freude begrüßte. Und so würde ich dann vor die Türe treten und meinen Lauf beginnen. Wäre es nicht so, dass eine große Freude in mir Raum gewinne, dass ich den Bereich meines Hauses so glücksbringend hätte erweitern dürfen und den Park und den See und die Stille ringsum als tiefes meines und so seiendes verstehen würde? Und selbst wenn dann die Stürme kämen und die Verwirrungen Einzug hielten und ich Schutz suchte, würde die Geprüftheit meines Offenseins und die Erfahrenheit durchtragendes So-Seins nicht die aufkommende Fraglichkeit durchtragen? Und wäre es dann mit der Stille des Abends nicht so, dass das Tagwerk meines Lebens so und nie anders hätte ausfallen können? Und dann, wir müssen noch einmal aufkommend erweitern, dass das Türe davonMP聘 – ganz oben inuttet 놀�iert, dass das Tag und die Stille leidet war und alles alleine an dem Pool Und dann könnte das auch mehr drin sehen. Untertitelung des ZDF, 2020